Uah, eieiei, hat jemand von euch diesen Rebel Moon Film eigentlich mal gesehen? Auf Netflix? Na, der Directors Cut ist ja jetzt... Nee, halt mit 5, irgendwas. Ich finde das Thema halt an sich ganz geil, aber scheint ja leider nicht so gut. Ist halt auch über das Reiben. Nein, ich gar nicht. Ist schon ein Kill Klaus hier oben auf dem Dach? Ist das schäbig. Nein, auch so muss das sein. Lange den uns nicht den Kill Klaus, ist das alles okay. So ist das gerne auch. Wenn er das bei uns macht, dann lacht er einfach nur dem nicht. Ja. 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 Die Bombendrohne machen wir mal zünden. Aber im Anbau sind auf jeden Fall viele Leute. Die Bombendrohne kann übrigens nicht mehr weiter fliegen, wenn die in den Schockstab rein fliegt. Da geht's gerade dazu. Echt? Ja. Mann, die Fotzen hier sind's ja alle, die Uhren... 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 Ach, Uhren halt. Wie ein Ninja verstecke ich mich hier. Traum zu sehen. In der Ecke sieht man ihn aber wirklich nicht. Ich hab das schon mal bei dem Gegner... Ah, das ist total krass, da vor dieser Tafel. Ah, das ist ein schöner Moment da an. Ja, der rennt schon wieder so schnurstracks auf einen zu. Der hat auf jeden Fall... Durch vier Wände durchgesehen. Also, Ju, was ist da bei dir los? Holst du die Kiste? Ach, ich muss kurz Handball zu Ende gucken. Feieramt haben wir wollen, da? Alter, die sind echt im Finale, die Männer. Wie geil. David hat da auch an, oder? Kann er auch in den Fernseher machen. Ja, aber ich hab nicht so... Ich hab ja nicht geguckt jetzt gerade, das war so spannend. Finale war. Finale. Hast du ausgegangen? Krass, mit ihnen voll wollen. Sie müssen sagen 26 oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Geil, Alter. Und wer war der hierhin eigentlich? Hab ja gar nicht mitbekommen. Spanien. Spanien. Also, schon ein guter Trufe. Okay. Ah ja, jetzt zieht eine Medaille. Sorry, warum mach ich jetzt 20.000? Deinemals haben wir nicht. Mann, so, aber was willst du mit der? Was ist denn los, Leute, ey? Noch eine Kiste? Ich will ja noch... Ah, jetzt haben wir es. Warte mal, Robert, gib mir mal deine Kohle. Nein. Gib mal auch nochmal ab. Jetzt gib ich die alle mal. Genau, holst du mir nochmal. Jetzt kannst du schon mal drauf holen. Ja. Ist hier ein Gegner? Kann das sein? Jetzt müssen wir kurz ein bisschen Panik machen. Ich glaube, hier ist ein Gegner. Ja. 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 Ich hab ja hier eine Bronzene Keycard. Ich habe dafür jetzt bekannt. Ich hab' da jetzt bekannt. Hey, da. Was ist im Weg? Anhau. Ach, das ist gut. Quack, quack. Erstmal wegschieben, den Typen. Da vorne liegt der Loadout. Hast du den Drop geholt? Ja. Nee, aber da vorne liegt der Loadout. Ich hab den nicht mehr geholt. Gut. Was ist die Vorderwohnung? Hier liegt der Loadout. Die Kiste. Die Loadout. Da müssen wir eigentlich... Die Loadout über uns. Ein bisschen... Ja. Ein bisschen selter. Ein paar Runde kriegen wir zu. Ah. Mann, wie lange guckt der mir denn noch zu, dieser Spast? Ich will hier flüchten und der sagt hier immer, wer da Calls an, der Bastard. Mann, das ist ja alles behindert hoch 3, Alter. Die Position ist hier richtig scheiße einfach. Ist der da hoch? Oh, der ist voll in den Grenierrand. Ja, den hat der glaube ich gestuck mit der Termin... Scheiß grad. El Termito. 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 Hier Muni. Treff ich mal rein hier. In den Laden. In den Topf. Treff ich mal einen Topf rein hier. Ist eine Maske noch. Ja, die Leute. Ah, die Leute. Ich bin Franzi? Die Hände sind hier blöd. Ja. Ich bin zwei. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin zwei. Ich bin... Ich bin... ja kriegt man auch die besseren lobbies er kommt auf euch zu na du auf dem boot nur einer auf dem boot ist nur einer vorsichtig landet hier irgendwo die in ganzheit hätte ich verloren er muss oben sein hier ist er nicht ja er würde oben das sein ja wo ist denn der ding in da oben wunderbar wissen du warst gibt es mal deine kohle hafenkneipe da oder was der enthofer der enttuch in die häuserkette darin gesprung oben auf dem dach dauernd auf dem dach ja es ist ein wenigstum oder sehr stark ja bestätigt stark müssen aber hoch ist mit zum headquarter wir sind so drinnen beim headquarter sind sie schon hier bei dem shop der anders im zelt hier schon hier die eine chance landet schule im erdgeschoss ist schon aber gelb so wir müssen herunter wieder von kontrolle sind jetzt darin zu werden ihr seid aber gar nicht dann bleiben wir hier hier oben bei gelb war einer headquarter um auf dem dach chip zone kommt teams um auf dem dach weiterhin schießen da oben vom dach und da richtung gelb und hier hat ein marker wurde ich übrigens angeguckt brezi brezi jungs er ist down ok hier kommt gleich was gleich ich mache ja gleich das ist hier gerade die endzone das ist ein gegner hier ich kriege natürlich nicht mit jetzt ey du musst du jetzt ja mach er gleich musst du kurz mal warten nein scheiße man wie bitte ne fahr rein das ist ein schwachsinn ey krass ja ich mache ja ich mache